Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Staffel TTT und wie ihr seht, sind wir super viele Leute und da zieht der eine sich schon Koks durch die Nase, das kann nur der Renni sein, denn Leute, wir sind ein riesen Trupp heute, ja, ich zeige euch das mal ganz kurz, wer alles hier mitspielt. Der Tyson, der Sugar Ray spielt mit, der Kaiser spielt mit, der Big Bo spielt mit, die JD spielt mit, der Renni spielt mit, der Gokeng spielt mit, der Muggles spielt mit und Syphus und Muggles und ich und TTT ganz kurz erklärt, ne, ihr kennt ja die Regeln, es gibt einen Traitor oder zwei Traitor, weil wir so viele Spieler sind. Die Innocents müssen den Traitor überführen und der Traitor muss die Innocents töten, ohne dass die Traitor das merken und wir haben einen Detective. So, das sind die Grundregeln, danke an den Syphus, der den Server eingerichtet hat und wenn ihr euch für die alle Leute interessiert, dann guckt gerne in die Videobeschreibung, da findet ihr alle Channels verlinkt, ja, also alle Twitch-Kanäle und wenn ihr gerne mal bei einem Livestream dabei sein wollt, ne, auch ebenfalls in die Videobeschreibung gucken, findet ihr den Twitch-Kanal verlinkt und, äh, da würde ich mal sagen, let's go und wenn ihr euch noch mehr TTT wünscht, lasst ein Däumchen da, ne, geil. Okay, okay, los geht's. So, also, ich bin ja immer ein Mensch, der sowieso pflegt, unschuldig zu sein, ne? Ich auch. Vor allen Dingen. So, wir haben vier Minuten 20, ne, also der Traitor kann sich ja schon mal langsam überlegen, was er macht, weil ich verspick mich jetzt vor euch, Ratten. Ihr rennt jetzt hier einfach rum, oder was? Der Wegrenner rennt schon mal weg. Ja, wir rennen jetzt einfach hier rum. Natschi ist es immer. Ich hab ein bisschen Angst. Hallo? Ist das der Traitor-Shop? Hallo? Warum hast du so ne Pumpgun, die hat ne Shotgun? Wer? Ja, die kannst du ja aufheben. Ja, die kannst du ja aufheben. Kaiser, Kaiser, Kaiser. Ich warte mal, warte, nimm mal diese Tiege hier. Die kannst du aufheben, mein Freund. Drück mal E drauf. Die auch aufheben. Drück mal E drauf, hier. Pump up and jam. Der Detective, komm. Verschwinde, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ja, was machst du da? Was machst du? Hallo? Achso, stehst du etwa auf Gemälde, oder was? Ja. Ja, du? Magis, kann ich dir vertrauen? Bist du so ein Museumstyp? Jo. Vielleicht? Du? Ich nicht. Ah, nee, mit sowas. Ich bin eher der Schnüppler. Der Schnüppler? Ja. Das ist mir zu risky, Alter. Das ist mein Leben mir zu viel wert. Geh doch mal vor. Total holle. Was? Ey, hör auf, Gokeng. Aua. Alter. Ja, ehrlich, ich hab nichts gemacht. Ich dachte, du schießt jetzt. Ey, pass auf. Drei Traitor, ne? Wo liegt ein Toter? Pali ist tot. Scheiße. Wie kann das dann? Den hab ich doch vermutet. Mein Gott. Pali ist tot? Ja. Ja, was? Und wer war zuerst da? Ich bin im Casino, Leute. Ich bin auf jeden Fall unschuldig. Der wurde von einem Messer, der hat zuletzt Dennis gesehen. Dennis? Willst du mir, willst du irgendwas dazu sagen? Ja, er stand gerade hier und hat gesagt, er will die Waffe dann aufheben. Ja, und dann ist er gestorben durch ein Messer. Ja, ich hab keine... Ey, hey. Kaiser ist schon mal... Kaiser war's. Stopp! Stopp! Hör auf, du schießt! Dennis war's auch. Okay. Also... Was? Wir haben Dennis und Kaiser. Die sind schon mal Traitor. Wir haben jetzt noch einen Traitor auf der Map. Dennis und Kaiser. Kaiser so schlecht, Junge. Ja. Kaiser so schlecht, Junge, Alter. Ja, wo sind die anderen, ey? Warum redet ihr nicht? Kaiser so schlecht, Junge. Ja, ja. Die, die reden, das sind doch immer die. Ja, ihr macht euch verdächtig, wenn ihr nicht redet. Das sind doch die, die reden. Das sind doch immer die, die hier scheiße machen. Ich würd auch sagen, das war wer anders. Aber wir müssen, ich würd sagen, wir stellen die Scheifes und ich sind auf jeden Fall unschuldig. Ich hätte Scheifes töten können. Ich hab die hier gerade üben können, Mann. Ja, 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 ja. 3D, was willst du von mir? Hat das ja keiner gesehen? Ja. Dein Körper war wie immer. Scheifes war da. Also, wer hat denn gerade hier unten die zwei... Oh! Ähm... Ich bin gestorben. Hä? Hör mich. Aua. Was ist zur Hölle? Hey, wenn du tot bist, darfst du nichts mehr sagen, Mann! Wo seid ihr denn alle? Auch nicht, dass ich tot bin? Nein! Nein! Wer war das? Hä? Warte mal, wer ist das? Ist doch egal, weiß doch keiner, wer es war. Hey, Gooking, bist doch da beim Talon? Ja, ich bin auch da. Ja, dann guck mal nach, wer alles gestorben ist. Oh Gott, Leute, der ist süß. Ja, ja, ihr seid das doch, ihr Schweine. Gooking, nein, ich bin Detective. Ich bin schon mal auf jeden Fall industry. Kann ich nachholen. Ich gehör zu dir. Ja, ja, woher soll ich das wissen? Ich bin blau, mach mal Tapp. Äh? Die Tapp. Ey, warte mal, Muggles. Ja, okay, du bist blau. Was machst du eigentlich die ganze Zeit, hä? Warum seid ihr so ruhig, Dennis? Warum bist du so ruhig? Oh, Muggles. Muggles ist hier oben. Was denn? Ja. Scheiße, ey. Knall den ab. Gib dir gleich ein Odriozola. Knall den ab. Muggles ist hier oben. Hallo. Big Samson. Mein Fieber. Jungen, dein Ernst, Muggles, Alter! Ich brem dich! Dein Ernst, Muggles! Johnny! Was? Jungen, der arme Pally, der tat mir so leid. Der stellt sich an den Tisch und die Waffe aufheben und ich komme mit dem Messer von hinten wie so ein Stricher. Ich habe eine Zwischenfrage. Ey, das war voll gemeint. Ich konnte der Detektiv gar nicht aufnehmen. Was? Weil du nicht so gut getroffen hast. Ich habe dir voll in deine Rübe geschossen. Boah, ich bin aber der Meinung, Detektiv finde ich ein bisschen zu OP. Äh, warum denn? Ich habe von Angst, deswegen habe ich dich getroffen. Ich habe mit einer normalen Waffe geschossen, die er auch aufheben kann. Nee, nee, nee. Ich meine, dass du das direkt so aufklären kannst und so nimmt dir so ein bisschen Spaß aus. Nee, das sieht jeder. Das sieht jeder bei dem Todesbildschirm. Ach so. Weil da sieht man auch, wer zuletzt wen gesehen hat? Ja, genau. Wenn da zuletzt jemanden anguckt hat, dann steht das da. Aber Bayern wird nicht Meister. Warum wolltest du mir die Diegel geben? Hatte das einen Haken? Ich frag nur. Äh, nee, nee, das ist eine Golden Diegel. Wenn du damit schießt und derjenige, worauf du schießt, ist ein Innocent. Ja? Dann stirbst du. Wenn das ein Trailer ist, dann stirbt er. Lest mal vor, was unten links steht, aber rückwärts. Haste Mode. Haste Mode. Boah. Aber Renni, ne? Wenn du tot bist, dann musst du nicht sagen, ich bin tot. Ja, ihr müsst immer leise sein, ne? Weil manchmal kann man ja auch leicht ein Verstecken und so, weißt du? Ah, okay. Ja. Müsste mal leise sein. Nee, bleib weg, bleib weg. Und bei mir schreiben welche im Chat, dass vier Minuten zu kurz sind. Aber man hat ja gesagt, das ist eigentlich... Ähm, es sind fünf Minuten und pro Tod, also wenn ein Innocent stirbt, gehen 30 Sekunden drauf. Wie viel kommen dann drauf? 30 Sekunden pro Tod von einem Innocent. Ah, okay. 30 Sekunden mehr. Nur die Zeit sehen nur die Traitor. Die Innocents sehen Haste Mode unten links, also ne andere Zeit. Machst du was? Ich bin tot, gleich durch... Oh, wer ist das? Cyphus? Kaiser, was machst du da? Und ich würde zwei Traitor in der nächsten Stunde einstellen. Da lag ne Waffe. Ja, da lag ne Waffe. Cyphus ist tot. Cyphus war innocent, der ist tot. Warte, warte mal. Hier hat jemand gemordet! Wer ist das hier? Wer? Ja, hier liegt jemand tot. Wagnum? Janie war der Charakter. Janie ist tot? Ja, Janie ist tot. Wo seid ihr, ihr Schweine? Wo kamen die letzten Schüsse denn? Warte mal. Hm, hm. Wo ist das? Rennie? Hey! Wir müssen uns ein bisschen zusammentun hier. Wo seid ihr denn alle, Mann? Warum schießt ihr denn immer? Hinter dir, renn hinter dir! Warum schießt ihr denn immer? Geiß, Mann! Ja, Rennie, hinter dir. Gebt mir dein Loch, Junge. Gebt mir dein Loch, Rennie. Gebt mir dein Loch, Rennie. Gebt mir dein Loch, Rennie. Komm, gib mir dein Loch. Mein Loch ist versiegelt. Ja, das glaub ich dir, aber. Das war doch den richtigen. Aua! Ey, lass mich mal durch, Mann. Wer bist du? Nein! Ich hab Angst, ich bin alleine. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Rennie hin? Rennie, ich will nicht alleine sein! Dennis, der Gokang rennt mir hinterher. Wenn ihr nichts mehr von mir hat, dann bin ich tot. Dennis, du hast eine M4! Verteidige mich! Wo ist Dennis? Ich meine, wo ist Rennie? Was ist denn mit Rennie? Was ist denn mit Rennie los? Der Gokang, der hängt mir... Ah, ey! Aua! Raus! Ich bin tot! Ich lebe noch. Gokang, du schießt! Aua! Hä? Was ist das denn jetzt? Rennie? Ja? Oh, Leute, wo seid ihr denn? Nico, danke für dein Sub und du Pidu auch. Du bist tot! Nico ist es. Wer ist tot? Na, ich bin nicht tot. So, Rennie. Sag mal. Hä? Wer ist... Ich hab doch vorgetippt. Hallo, hallo! Hä? Jade? Jade Marmelade? Wieso sieht man das? Was sieht man? Wer ist das hier? Jade ist auch hops gegangen scheinbar. Hä? Wer bist du? Alles zusammenbleiben hier. Ja bitte! Wo ist der Rest? Wo seid ihr denn, Leute? Wo ist denn der Rest? Huuuuh! Da ist noch einer. Margit ist tot. Und Jade ist tot. Mit ne Schroflinte. Wo bist du? Hier wurde geschossen. Das sag ich dir doch nicht, du kleiner Drecksack. Ja, aber hier wurde geschossen. Aha, ich hab Angst. Sag mal. Big Bo? Was denn? Die sind Traitor, Leute. Wie viel leben denn noch? Hier wurde geschossen. Hier wurde geschossen. Fuck, ich hab Angst, Alter. Hier wurde schon... Ey! Oh, pass auf! Hör auf, Big Bo, Junge! Ja, weil du auf mich schießen willst! Du bist Traitor, du kleiner Drecksack! Hau ab! Alter, hau doch ab! Hau doch ab, Junge! Leute, der ist safe Traitor. Der riecht schon nach Traitor. Ah! Kaiser, du bist so ein Hund, Alter. Ganz ehrlich. Du bist so ein Hund, Junge. Ganz ehrlich. Ba! Ba! Ey, Renni, warum hast du mich gekillt? Warum ich dich gekillt hab? Weil du... Wie kann man so hässlich um die Ecke stehen, Junge? Richtig, der GTA-RP-Spieler, Alter. Vor allem Kaiser, du kleiner, Alter. Du hast so gewartet. In dem Moment, wo ich mich umdrehe, schießt er auf mich, Alter. Umdre! Drei! Ich hab einfach... War ich der Letzte, der gelebt hat? Ihr Schwein, Alter. Mann. Ey, ihr dürft aber nicht immer sofort schießen, ne? Also wenn ihr hier seid, ihr müsst manchmal euch ein bisschen Zeit... Also immer nur auf Verdacht schießen, ne? Ja, mit Beweis, meine ich. Entschuldigung. Also nicht einfach so random... Nee, aber das war mir zu... Obvious. Du hast mich angeschossen, ey. Ich entschuldige. Ein weißer Mann hat mal gesagt... Ey, wieso habt ihr so krasse Knarren immer? Jetzt haben wir noch zwei Trader, ne? Verdenken. Oh, nice. Das ist viel besser, okay. Drei. Okay. Ist das jetzt auch für die nächste Runde so angesch... Erkanntst du das? Ich kann das im Game testen. Äh, nein. Und, ähm... Okay, warte, warte. Ähm... Einer von euch. Verpisst euch, Alter. Kommt mir nicht nach. Wer ist das? Ja, das ist echt? Ja, ja. Schuggi, Junge. Schuggi, Junge. Ich weiß, diese Tricks kenn ich. Könnt ihr vergessen, Alter. Schuggeli-Duggeli, Alter. Ey, die laufen hinter mir her, Leute. Frage, Frage. Wenn ihr ab und zu nur Munition liegt, ist das normal? Ah! Alles gut, alles gut. Mach. Leute, hier ist Syphus. Jo. Äh, Gokeng und Yadi, ne? Die sind richtig verdächtig, Mann. Die stehen vor mir. Junge. Lass mich in Ruhe. Verpiss dich. Du bist verdächtig, Mann. Die laufen hinter mir her, Leute. Wo denn? Wo denn? Sugar Ray, Alter. Sugar Ray. Hier, hier. Alle drei laufen die ganze Zeit hinter mir. Die haben bis jetzt nicht geschossen. Die haben bis jetzt nicht geschossen. Die haben bis jetzt nicht geschossen, aber. Big Bo ist Traitor. Big Bo ist Traitor. Alle drei laufen hinter mir her, Alter. Wenn ihr Dennis seht, könnte... Was ist die für ein Traitor? Der schießt auf mich und ich bin Traitor, oder was? Warte mal, du hast ihn umgebracht. Warum? Ich bin ein Jakesaw. Wo seid ihr? F you! F you! Ich hab jemanden... Nein, ganz kurz. Ganz kurz. Ich schieß nicht. Jo. Kleine Information. Mit C öffnet ihr den Traitor-Shop an die Traitor, ne? Ach so. Wer ist hier noch tot? Also, Renni ist ein Traitor, Leute. Er hat zwei neue Traitor. Der ist hier tot. Seilis ist auch noch tot. Wo? Wo seid ihr? Wer ist hier noch geschoben? Ja, ja. Sogar Ray? Verpisst nicht, Junge! Sogar Ray? Der schießt auf mich! Der hat aber keinen Elm! Ich renne weg! Wo kommen die scheiß Schüsse her? Dem bleiben. Sie sind umstellt. Ja, Kaiser war auf jeden Fall hier. Wie nennt sich die Kacke noch? Der Böseboot. Der Böseboot. Wo ist denn Renni hier? Guck mal, Leute. Renni ist Detective. Ja? Ja, er kam auf mich zu und schießt. Und war auf mich ganz nett geschossen. Hier liegt noch jemand. Aber du bist vielleicht. Warte, er war Traitor? Er, ja. Leute, das ist deren erste Runde, TTT. Lass erstmal ganz ruhig, Leute. Ganz ruhig. Es ist eine Runde nur, Leute. Achso, erlebt doch. Die allererste Runde. Ganz ruhig. Das wird besser. Versprochen. Was machst du da? Aber wünsch ihr euch öfter TTT? Das ist halt COD. Ja, gebt denen ein bisschen, Leute. Die müssen erstmal reinkommen. Nein. Hallo? Ey, ich bin auf jeden Fall unschuldig, ne? Wer hat er liebt noch? Ich war immer dabei als ... Ja, komm. Also, ich hab den Traitor. Ich bin auch unschuldig. Geh mal. Also, frag mal jetzt. Ich hab den Traitor. Ja, dann lass uns jetzt Kaiser töten. Komm. Renni. Nein, Kaiser töten. Doch, ich glaub Renni ist es. Warum denn? Er ist Detektiv. Ja, Renni ist Detektiv. Ich hab Renni noch nicht gesehen. Kann einer dem Renni mal sagen, dass er mit C einen Detektiv-Shop hat? Was ist jetzt passiert? Was soll das denn? Wo seid ihr denn alle? Unten, am Casinotisch. Wie ich dir nicht vertraue, ne? Diesmal nicht. Lass zusammen gehen. Lass zusammen gehen. Lass zusammen gehen. Lass zusammen gehen. Geh du vor. Du gehst vor. Geh du vor. Pass auf. Ne, du gehst vor. Ladies first. Ladies first. Leute, was ist denn der Vertrator? Jadie oder Sugar? Ja, ja. Geh vor. Ich mach das so. Ist gar kein Problem. Ja, ja. Renni, wo bist du, Mann? Lass mich nicht alleine. Junge, Margit macht das richtig in dreien. Aha, warum willst du mit Renni laufen? Renni ist auch nicht mehr da. Warum willst du mit Renni laufen? Oh oh. Das sind die letzten drei, Leute. Das sind die letzten drei. Was denkt ihr, also Margit ist Traitor, aber wer noch? Na gut. Was denkt ihr, wer noch bei der beiden Traitor ist, Leute? Ich traue ihm nicht. Ich traue ihm nicht. Guck mal, wie die sich hat. Aber mir schon, oder? Ja, dir traue ich. Ja, das ist nett. Jetzt ist der Traitor Nummer eins, Junge, Leute. Ja, wir sind die Guten. Ja, wir sind die Guten. Na ja, genau. Wieso läuft ihr dann beide hinter mir her? Verpisst euch. Weil du böse bist. Geht's jetzt von der Lautstärke her so? Ey, guck mal, beide. Ist denn keiner mehr da, Alter? Ich seh, ich kann jetzt nicht abdrücken. Verpisst euch. Gib mir eine Minute zum Atmen. Ich glaub, du bist böse. Ja, okay. Ich glaub, du bist böse. Wir müssen ihn töten! Eigentlich schon, ja. Aber JD muss mal eben... Nein, Scheiße! Das war gemein. Hä? Hä? Was ist denn? Hä? Wie low? Hä? Wie low? Hä? Wie low? Hä? Muggles zu. Der ist richtig im Element, Leute. Wo bist du? Du Affe! Äh, Traitor ist glaub ich auf der Blacklist, Leute. Lass doch mal in der Bar treffen. Auf nen kühlen Drink. Der bringt Raketenwerfer mit, Leute. Der hat GVMP gespielt. Hm. Ich weiß ja nicht. Nein. Ich bin mit deinem Ernst, Muggles. Nein. Ich bin mit deinem Ernst, Muggles. Nein. Nein! Du bist doch eine Kanalratte. Habe unten gewonnen, Dennis. Ja, nice, Junge. Du warst gar nicht, oder was? Scheiße. JD, du hast mich einfach so erschossen? Was? Ich hab gedacht, JD wäre... Du hast zuerst auf mich geschossen! Wir haben zwei Leute erschossen. Ja? Ihr müsst ein bisschen mit Psychospielchen spielen und so, Leute. Ein bisschen Zeit lassen. Dennis, sag mal kurz an, was war mit Detective und C, was du eben... Also wenn du C drückst, das ist der Traitor-Shop oder der Detective-Shop. Wenn du C drückst, dann kannst du dir zum Beispiel so eine Lokomotive holen oder so, ne? Hab ich aber vorhin auch schon erklärt. Hast du dir zugehört? Ne, hab ich nicht zugehört. Ja, ganz am Anfang vom Stream hab ich das erklärt. Ja, ich wach dich mal ein. Ja, ich weiß, klar. Aber bei Subs bist du wach, du Arschloch, ne? Ja! Ach, danke nochmal für die 50 Subs gerade. Liebe Annegret. Annegret? Ja, Annegret. Ja, Annegret. Ja, Annegret. Die finde ich neu. Die finde ich geil. Echt? Deine Mutter Annegret? Echt? Die Klaviermusik macht welche Kille. Mal gucken, wer hier alleine läuft. Das ist doch alles Verräter bei dir. Du übersteuerst manchmal übrigens extrem, ne? Ja, dann spreche ich so laut. Das ist alles Verräter. Ich versuch leiser zu sein. Hm. Kann man denn? Ey, 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 ey. Ihr wurdet geschossen, ihr wurdet geschossen. Bei uns! Ey, Cyphus, ey. Cyphus, wer durfte mich? Kann man Waffens wegwerfen? Mit Kuh? Ich gebe dir mein Vertrauen, ja. Boah. Das ist aber nett. Das ist ja nett von dir. Das ist ja nett. Du bist das doch. Hast du gerade geschossen, dir? Cyphus? Hast du eine goldene Diegel in der Hand? Ich hab die goldene Diegel in der Hand. Ich hab die goldene Diegel in der Hand. Von wem? Von Muggles. Ich hab das Vertrauen des Detektors. Wo ist denn der? Wo ist denn der, Muggles? Wo ist denn der, Muggles? Oben, hier, ne? Das war Dennis. Hundertpro war das Dennis, der gerade geschossen hat. Ich hab nicht geschossen. Wann soll ich geschossen haben? Wir haben da oben geschossen. Der Schuss kam von oben. Wo ist das? Und Dennis war auch alleine. Ey, warum? Ich renne immer genau vor mir. Wer ist das? Warte, bleib mal stehen. Ich bin Skooking. Ich schmeiß mal ne Granate. Ich weiß nicht, was das ist. Ich will wissen, was die macht. Ja, Marco Bumble. Wo seid ihr? Warum seid ihr? Ich hab Dennis im Auge. Echt? Ja, könnt ihr gerne haben. Ich hau hier ab, bevor jemand die Lokomotive einsetzt. Ja, ich geh auch weg. Nicht, dass einer gleich hier C4 zündet oder so. Brauchen wir gar nicht so kommen. Wer ist das? Wer fragt mir? Achtung, hä? Warte mal, warte mal. Dennis, was? Nein, das war aus Reflex. Entschuldigung. Es tut mir wirklich leid. Das war aus Reflex. Das war aus Reflex. Safe bist du der Traitor. Nein. Du Drecksschwein. Benni, warum machst du eine Lokomotive in der Hand? Hä? Achtung! Stopp! Warte, stopp! Der war noch Traitor. Hör auf zu schießen. Hä? Hör doch auf zu schießen. Was denn? Der hat eine Lokomotive in der Hand. Ja. Eine Lokomotive? Ja, der Traitor war... Spielts euch lange? Renni war Traitor. Renni war Traitor. Sicher? Ja, der hatte eine Lokomotive in der Hand. Der hat versucht mit der Lokomotive mich zu töten. Dennis ist nur mein bester Freund. Oh mein Gott. Der hat sich probiert mit einer Lokomotive zu töten. Ja. Hä? Da war aber ein Traitor in der Nähe, weil ich hab keinen Punkt von ihm mehr bekommen. Sugar Ray! Also, der hat auf mich mit einer Lokomotive gezielt. Dennis, der hat den anderen erschossen. Nein! Ja, aber wenn ihr Tab drückt, dann seht ihr, dass der Weckrenner rot ist. Er ist auch für Traitor gewesen. Ja. Cyphus, warum rennt sie mir die ganze Zeit hinterher? Cyphus hat gerade schon geschossen einmal, by the way. Ja, ja. Okay. Guck mir nicht so an. Ey, Big Show! Ich hab dich im Auge. Guck mich nicht so an, ey. Wehe. Big Show und irgendjemand sind zusammengelaufen. Ich bin kein Verräter, sonst hätt ich mich auf die Räder geschossen. Aber die verfolgen mich die ganze Zeit, die JD und so. Ich frag dich ab und zu. Ja. Ja, ich bleib lieber nicht bei euch. Ihr seid mir nicht ganz geheuer. Ja, okay, okay. Wo sind die anderen jetzt hin? Wer ist das hier, ey? Wer ist das hier? Ich spiegle eine Roulette, ich setz alles auf. Geh weg! Du schießt immer auf mich! Nein! Geh weg! Ich knall dich ab! Ich knall dich ab! Cyphus! Geh weg! Ich hab auch weg! Immer noch die Golden Deagle von Mannes. Das war ein ganz Schande! Verkackt jetzt alle! Folgt mir nicht! Verschwinde! Sucht euch doch mal ein Zuhause, Leute! Es ist, es ist self-go-kang. Big Show, folgt mir! Es ist self-go-kang! Nee, nee, nee! Haben wir drei oder zwei Traitor? Machst du dann! Zwei! Zwei! Die hat die ganze Zeit nichts gehört! Sonst redet die immer! Hört ihr mich nicht? Doch! Okay! Einer von euch ist es! Wer? Natürlich ist es einer von uns! Aua! Das hört mir langsam zu brenzlig! Ich geh mit dir! Muggles! Ich bleib bei Muggles! Ich bleib bei Muggles! Warte mal! Der Dennis kann es nicht sein! Weil der ist verletzt! Der hat den Reni getötet! Richtig! Der hat einen umgebracht! Der Sugar redet mir zu wenig! Und jetzt auf einmal zu viel! Wo alle hier sind! Pass auf! Ja, ja! Ich bleib bei Dennis! Ja, nee! Weil ich dem zuhöre! Eigentlich bei Muggles bleiben! Weil der ist tatsächlich... Schieß mal! Ne, ich bin der Golden Deagle! Schieß mal! Schieß mal! Schieß mal! Was macht denn da? Alter! Hier schieß jemand! Schieß! Ja, nee! Aber nicht auf ihn! Ja, okay! Er hat nur getestet! Ja, ja! Okay! Gedächtig! Ist klar! Getestet! Aber er läuft die ganze Zeit mit dieser Waffe herum, ne? Ich hab damit aber auch nur einen Schuss! Na, was? Nein! Was ist das? Was ist das? Was war das? Was war das? Irgendwas ist mit dir verkehrt, Alter! Oh, die Scheiße! Mit dir ist was verkehrt, Junge! Perfettlich, Junge! Du hast dich so ganz langsam weggeschlichen! Ich weiß, dass mit dir was nicht stimmt, Junge! Ja, ja! Ja, ja! Ey, Leute! Was stimmt mit dem was nicht? Komma! Wie steht alles im Klavier? Wie steht alles im Klavier? Wie steht alles im Klavier? Ey! Hä? Was passiert da? Was? Was passiert? Nein! Der war's wirklich nicht! Dennis war's! Dennis war's! Dennis war's! Ja, ich wollte Randy wiederbeleben! Aber ihr seid alle die ganze Zeit da geblieben! Oh mein Gott! Es tut mir leid, Mann! Hammer, Alter! Dennis kann's ja nicht sein! Hey, ich dachte mit dem Basie, hau ich direkt den gekämpft! Aber wer ist denn... Junge! Und alle haben gedacht, du kannst es gar nicht sein, weil du mit dem gekämpft hast! War erst ein bisschen erschüttert, aber dann hab ich's kapiert! Wer von euch war in der Sprungfeder drin? Ich nicht! Ich hör nur aus der FN so... Ich war das so, aber ich hab das nicht gerafft! Ihr Drecksschwane, ey! Hammer, Alter, ey! Seht ihr doch, ey? Wer braucht schon Ray, Alter! Teils am Arsch, Junge! Wo? Was denn? Ich wollte die Waffe! Du hast direkt gerochen, dass du das bist! Ja, ja, ja! Oh, ich bin Tete! Ich kann ja gar nicht... wo essen! Ich hab auch gedacht, ey, das Ding macht Monolith, Alter! Der Blau ist aber detektiv, ne? Wo seid ihr? Der Blau ist auf jeden Fall innocent, unschönlich! Renni, Renni, Renni! Ich hab das so gefeiert, wie Bippo an die es gescheckt hat! Also dem Blauen kannst du vertrauen! Also mir! Renni! Renni hat so lange gebraucht beim Waffen wechseln! Ja! Wieso ich euch denn dann... Ach, hoch! Mach jetzt! Ich schwöre, ich würde am liebsten den Typen hier gerade richtig... Ich find keine Waffe, Mann! Ich auch nicht! Ich kann nicht rüberspringen! Ich kann nicht rüberspringen! Ja? Wer könnte ich gerade kaufen, du Idiot! Ich glaub, wir haben noch einiges zu klären! Du bist gerade an einer vorbeigelaufen! Was? Wo denn? Wo denn? Da auf dem Bett! Ich bin... Was zur Hölle? Hä? Hier auf dem Bett! Komm zurück jetzt! Na nicht! Was ist denn hier? Ich bleib bei euch! Hallo alle zusammen! Warum seid ihr nicht konzentriert? Da! Ich hab Angst! Nein! Hier hat man geschossen! Hier hat man geschossen! Ja! Ich hab dich doch! Was? Ich hab doch auf mich geschossen, Mann! Ja, aber nicht getötet! Ja, weil ich dich nicht getroffen hab! Da ist jemand unten im Keller... Äh, Ding ist das... Trämmhaus! Guck, Gang war die ganze Zeit so... Geh ich da rein oder nicht? Geh ich da rein? Komm, Gang, wir machen zu! Komm! Hab ich vor, komm! Lauf! Stopp! Aber ey! Entschuldigung, Entschuldigung! Renni! 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 Renni hat auf mich geschossen! Stopp! Hab ich gar nicht! Der war Traitor! Renni hat auf mich geschossen! Renni ist Traitor! Renni! Ich will raus hier! Renni ist Traitor, Leute! Der hat auf mich geschossen! Ich hab nur noch 43 HP! Nein! Ich hab nur noch mal... Links! Links! Renni ist es! Töte den! Eben hieß es BigBody! Ich will jetzt töten! Ich will zu meiner Mama! Alle auf Renni, Leute! Der hat auf mich geschossen! Ihr habt 43 HP! Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Das denn hier? Oder? Bitte? Ja, lass uns Dennis mal! Ja, genau! Du bist doch ne richtige Ratte! Ja! Loll! Scheiße! Was? Warum? Wie bist du denn jetzt gestorben? Hä, was ist passiert? Hä, warte, wen hab ich überhaupt beledigt? Da hast du 3 gedrückt! Der Kaisersinkritt! Achso! Die Traitor sehen sich gegenseitig, ne? Die beiden! Ja, ja, ja! Ich hab ihn geopfert! Ich hab Kaiserschwarm gemacht! Ey, Leute, das ist unsere erste Runde! Wir müssen uns schön da rein spielen, Leute! Ganz easy! Und dann wird das schon, ne? Die Psychospielchen, die kommen noch alle! Ganz ruhig! Aber ich hab Big Boy ja in der Goodway geopfert! Hast du? Ja, ich hab Big Boy verraten und dann hab ich 2 geholt, die ihn töten wollten! Das war okay! Du hast echt meine Taktik einfach übernommen? Ja, ist gut! Das funktioniert! Das ist gut, ne? Das ist am Marsch da und Drabbeln gemacht! So gleich der Erste, der seinen Traitor-Kollegen direkt erschießt! Das hab ich nicht! Ey, jetzt ist die Klaviermusik aber echt schön! Ich bin die Taktik! Ich bin die Taktik! Ich bin die Taktik! Ich bin die Taktik! Ja! Ich bin blau! Du siehst mich! Ah! Ich bin oben! Stopp! Stopp! Ja, ja, ja! Weiß nicht! Irgendwas ist mit Renni! Der lässt ja die ganze Zeit hinterher! Ja! Detektiv, was? Guten Tag! Hallo! Hallo! Ich geh zum Detektiv! Da bin ich sicher! Ja, ich auch! Das passt ja! Also ich bin auf jeden Fall innocent, Leute! Renni auf zu! Aua! Renni auf! Traut mir! Ja, scheiße! Habt ihr gehört, wie er Renni schreit und ich steh bei euch? Ganz schön dumm! Ganz schön dumm! Was hab ich hier grade? Ja, ich steh doch hier! Ja, hat er wirklich gemacht! Trotzdem, Renni, jetzt vertraust ich dir das Renni! Hilfst du da? Mach doch keinen Sinn! Nein, was war das? Was war das? Was ziehst du auf uns? Was hab ich gemacht? Der hat irgendwas gemacht! 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 Töte ihn! Töte ihn! Was passiert hier? Der ist hier gestorben? Wer ist das denn? Renni? Oh, Schuka war kein Renni! Confirm, confirm mal! Confirm mal! Hier oben! Big Samson! Warte, Renni war mit ihm zusammen! Big Samson! Ja, aber ich hab dich geschossen! Drück mal E drauf! Drück mal E! Ja, ja, ja! Renni war's gesagt! Warte mal, ich glaube Samson ist der Traitor! Ja! Durch mich ist er... Ich hab gedacht, er ist... Ich hab... Lass ihn uns töten! Renni! Warte! Ich kann's scannen oder so, ne? Ja, du hast den Scanner schon gekauft! Renni hat gesagt, ich soll ihn erschießen! Safe! Renni, raus! Renni! Renni ist es! Renni, ich hab dir vertraut! Renni, ich scanne grad was! Ich würde sagen, Renni und Bo! Wie kann ich das scannen? Renni ist es safe! Wie das immer geht! Renni ist es safe! Renni, ich fang an den zu töten! Renni! 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 Ja, ja, ne, ne, ne! Ich fang an die zu töten! Da liegt eine Bombe! Da ist eine Bombe, Leute! Renni, runter! Da ist eine Bombe! Renni! 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 Sorte! Okay, ich weiß, wo die Bombe war! Ich geh aber wieder hin! Ich geh da mal wieder hin! Wer war das? Ja, Bombe ist klar, aber wer hat uns... Wer war der? Warum immer ich? Wer lebt denn noch? Zweifels ist es. Oh shit, was hast du da geschmissen? Das macht komische Geräusche. Mein Baby, mein Baby. Oh Mann ey. Kaiser, warum schießt du auf mich? Ja, weil du auf mich schießt! Ja, aber du hast zuerst geschossen! Jetzt habe ich... Oh. Jetzt bin ich jetzt unbe... Hallo? Cyphus? Ja, das ist, glaube ich, Renni. Renni? Deine Zeit läuft davon, Cyphus. Cyphi? Cyphus? Deine Zeit läuft davon... Dennis, wo bist du? Dennis, wo bist du? Oh shit! Bitch! What is your name? Äh, 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 äh! Die Bomber! Die Bomber! Das kommt durch die Bomber! Oh mein Gott! Alter, wie Renni geschrien hat, ein wunderschöner Schrei zum Abschluss dieser Runde, Leute! Renni, Rensen, Nikolai der Erste, hat geschrien und hat sich gefragt, warum er es immer ist, aber er ist einfach nur Grund auf schlecht! Wie er es immer ist, was? Ich war es wirklich, Sugar Ray war es auch nicht und du hast mich gegen Sugar Ray aufgestellt! Alter, ihr habt mich voll da umsonst geopfert, ne? Wer war es? Wer war es eigentlich? Wir haben mich umsonst geopfert, ey! Tschüss YouTube Publikum! hof. T寸 T寸 gang es ll